hi zusammen hier ist der patrick danke fürs einschalten ich erkläre euch mal was das tool können soll ich schreibe euch kurz die vorteile dafür auf und bei fragen stehe ich euch natürlich auch zur verfügung so ich stelle euch kurz das tool vor und zwar geben wir hier als keyword beispielsweise gaming magazin ein was uns schon vorgeschlagen hat testkunde dann lassen wir das tool kurz arbeiten schon fertig kundenübersicht testkunde das ganze sieht dann so aus im nächsten schritt wird automatisiert eine e mail adresse dazu gefunden so dann geht es hier weiter und zwar testkunde der kunde hat 99 opportunities also das heißt wir haben 99 magazine gefunden hier seht ihr die ganzen e mail adressen die könnte euch dann tatsächlich auch einfach über einen pdf oder csv wie auch immer export ziehen ich habe den ganzen prozess hier so automatisiert dass ihr auch falls ihr seht okay da ist irgendwelche mist e mail adresse dabei die könnt ihr da einfach löschen genau und ansonsten sobald wir hier auf e mail automatisieren starten klicken wird das ganze automatisiert abgeschickt und ihr bekommt dann beispielsweise wie hier genau antworten wie diese hier und könnt das dann eurem kunden anbieten und gegebenenfalls in eure tabellen oder datenbanken einpflegen bei fragen stehe ich euch gern zur verfügung ich hoffe das kleine video gibt euch ein bisschen aufschluss wie das tool funktioniert und was für vorteile es für euch bringt